herzlich willkommen zu einem neuen video von eichon coaching und in diesem video erkläre ich euch mal den sogenannten bear put spread die meisten von euch sind aus verschiedenen sinnvollen und profitablen gründen eher als stillhalter unterwegs jetzt sind wir nicht natürlich nicht nur als long options besitz unterwegs aber quasi netto long options besitzer unterwegs also bezahlen ja auch ein debit als wir geben jetzt in der strategie prämie aus und sind jetzt nicht der typische stillhalter bzw müssen genau andersrum also was ist ein bear put spread ich zeichne erstmal die theorie auf da können wir auch mal einen in der tvs rein klicken eigentlich ist es ganz klassisches hedging instrument mit einem klassischen long put als ich kaufe ein put der ist meistens otm als außerhalb des geldes als unterhalb vom aktuellen ja kurs des underlines so dafür ich denke mir jetzt irgendwelche werte aus muss ich jetzt 100 dollar ausgeben ich bin jetzt hier options käufer so das ist ein long put und jetzt machen wir einen bear put spread raus ihr kennt vielleicht ein bull put spread das wäre dann wenn der short put über den long put wäre da wäre es aber so dass ich mir mehr prämie einnehme als ausgebe und mal genau andersrum sprich wir machen hier drunter den short put mit meistens gleicher restlaufzeit einfach für 20 dollar ich mache jetzt irgendwelche werte denke ich mir mal kurz aus und dann ist es so ein sogenannter bear war meine marktrichtung ist ja nach unten da verdiene ich dann geld put spread so wann setze ich das jetzt ein das ganz klassisch als hedging ich kann natürlich auch so auf fallende kurse spektul spekulieren aber jetzt ganz klassisch als aktien auf dem aktienindex kann man das hier einsetzen so was ist jetzt der vor und nachteil wir uns gleich mal auf eine aktie noch wie man das der tvs macht aber der vor nachteil gegenüber einem klassischen long put der vorteil ist natürlich ganz klar die prämie kostet mich ja nur 80 dollar weil ich hier einmal 100 dollar ausgebe und 20 dollar einnehme das ist so der vorteil wenn es quasi nichts passiert dann ja habe ich einfach weniger prämie ausgegeben was ist natürlich der nachteil wenn ich hier statt von einem long put ein bear put spread draus mache ist natürlich dass mein gewinn sozusagen begrenzt ist ich aber hier mein long put und hier mein short put und hier läuft ja dann der ins geld der long put und quasi ab dem strike preis des short puts verdiene ich kein zusätzliches geld mehr mein maximaler gewinn liegt halt gedeckelt in dieser differenz dieser zwei strike preise von dem long put und short put also wenn ich jetzt ihren 100er strike hätte und hier 90er strike auf eine aktie wäre die differenz zehn mal 100 meisten fälle könnte ich ja 1000 dollar jetzt mal ohne prämie gewinnen wenn die aktie aber natürlich wertlos ist also mit dem long put kann ich ja unendlich bis zur null mal rdöl ausgeklammert aber aktien ist ja der letzte widerstand die null also beim long put kann ich ja quasi bis zum bis zu null geld verdienen kann ja auch passieren stichwort wirecard wenn ich einen bear put habe ist quasi mein gewinn ab dem short put begrenzt geil wird es natürlich wenn bei verfall dass hier kurz vor dem short put ist also bei einem strike von 90 warum dann ist der long put 10 im geld einen inneren wert von 10 und der short put verfällt auch noch wertlos das war natürlich der der oberhammer so kann man das natürlich einsetzen kann natürlich auch den short strike immer schauen wo man den wählt das ist halt quasi so unwahrscheinlich ist dass der eh nicht mehr berührt wurde nicht so viel geld verdienen würde mit dem long put dass es mir dann auch egal ist wenn es darunter kein geld mehr verdient aber da wird natürlich auch die prämie dieses short puts nicht allzu hoch sein bevor man jetzt mal einen in der tvs rein klicken im demo kann man ein bisschen rumspielen wollte ich noch kurz und praxis tipp geben wenn ich jetzt hier mit einer laufzeit einfach mache hier ist die laufzeit ende hier habe ich mal long put und hier habe ich mein short put 100 dollar gesagt 20 dollar sondern es passiert hat ewig nichts und beide sind jetzt minus 99 prozent wertverlust also der steht bei quasi null und der bei null was würde ich jetzt machen ja ich würde natürlich den short put hier auf jeden fall zurück kaufen kann man bei 75 prozent wertverlust oder sowas machen und hier den gewinn mitnehmen warum der short put wenn der wertlos verfallen ist als stillhalter mehr kann man nicht verdienen zurückkaufen ist nur noch risiko der long put ist natürlich auch klinisch tot aber der könnte noch theoretisch aufwachen also der kann ja noch was gewinnen würde ich jetzt nicht schließen mehr verlieren kann noch nicht deswegen würde ich den halt auf jeden fall dann ja da lassen da könnte ich wenn dann überlegen nochmal einen neuen short put zu schreiben können wir noch mal überlegen dass man solche spielchen macht aber auf jeden fall wenn der short put komplett wertlos ist kauft den zurück da habt ihr hier sogar ein long put drin ja das sind so die klassischen bear put spreads also ist auf fallende kurse ja die strategie spezialisiert sozusagen ich mache ein long put und habe drunter einen short put so was oder wie klicke ich das jetzt in der tvs rein ich nehme mal wieder hier die mercedes aktie und dann kann ich ja mit dem strategy bilder arbeiten ich nehme jetzt irgendwas kurs ist aktuell bei 66 euro und wir müssen sind ja hier den long und den short put aussuchen ich mache mir jetzt mal einfach rechnen können suche ich mir mal für 100 dollar den long put aus hier habe ich jetzt den 63er ist out of the money müssen aktuell bei 66 übrigens strategy bilder ich könnte sie auch schon voreinstellen aber wir können sie auch selber machen so und jetzt suche ich einfach mal dass man einfach rechnen können den 60er short put aus und gucke ich noch was ich richtig gemacht habe kauf preis 63 verkauf 60 das können wir jetzt schon mal einen kopf ausrechnen hier unten den 63er der bringt gerade wert jetzt einfach oder der bringt der kostet 100 dollar und der 60er bringt mehr 50 dollar sprich dieser spread kostet 50 dollar was kann er maximal verdienen wenn dabei verfall quasi unter der 60 ist dann kann ich hier mit 300 dollar verdienen klammer auf die 50 dollar muss ich ja immer noch bezahlen also 250 dollar wenn jetzt hier die mercedes aktie von 66 67 so wie alles euro auf unter 60 fällt und kann ich dann halt auch einfach handeln das zeigt demokonto die mit preise nicht an aber es müsste ungefähr bei 50 sein der bit auch ganz wichtig sonst kriege ich natürlich kein film und kann ja noch mal schauen bei 63 aus zel passt 63 genau 60er prämien margen wird ja auch nicht angestiegen klar hat ja kaum risiko und das solltet ihr jetzt natürlich nicht machen ich gehe jetzt einfach market rein demokonto und wir haben auch einen film so dann nehmen wir mal kurz auch die position hier rein wie gesagt ist ein demokonto eine sekunde ich ziehe es kurz rein das ist das hier und haben es richtig gemacht jawohl da steht ja auch bear putt das erkennt jetzt die tvs ich habe jetzt market reingeklickt deswegen natürlich den spread direkt negativ und ja hier sind dann auch meine option strikes drin und wie gesagt wenn das 60er put meine short option hier fast wertlos wäre würde ich die auf jeden fall zurück kaufen ich könnte jetzt hier auch schon spaßes halber in schließen limit rein machen was wurde der maximal verdienen ja drei also mehr kann er nicht verdienen drei innerer wert können jetzt nicht auf zwei schon mal reinstellen falls mal die aktie einstürzen sollte ja ist eigentlich relativ einfach so ein bear put spread zu handeln müsst euch einmal konzentrieren ich würde zum strategy bilder machen wenn es natürlich auch einzeln machen am strategy bilder ist das eigentlich relativ einfach noch mal überprüfen habt ihr die richtige option gekauft und verkauft und da muss jetzt hier ein plus stehen kein minus weil ja insgesamt ihr dafür einen debit ausgeben müsst ihr seid jetzt hier nicht mehr still halt ihr müsst ihr etwas bezahlen genau noch zwei sätze zur steuer am schluss und zwar muss man natürlich beachten die geschichte hier der long put der geht natürlich privat in den 20.000 topf rein aber ist ja relativ unabhängig vom short put weil der geht so oder so rein ob jetzt noch ein short put habt oder nicht muss man natürlich auch immer beachten dass man da halt immer in diesem topf drin ist wenn man solche spread strategien mit long option handelt ja das wollte ich noch mal kurz dazu sagen das war es schon vom bear put spread setzen wir eher seltener ein machen auch gerne ratio spread das wäre dann mit einem long put und zwei short puts da kriegt man das sogar kostenneutral hin kann man auch gerne mal ein video vorstellen ja ansonsten war es glaube ich von der strategie nicht allzu kompliziert schreibt mir gerne in die kommentare ob wir sowas mal einsetzt ansonsten sehen wir uns in einem nächsten video bis dahin passt auf euer geld auf ciao ciao